bau nicht möglich warum legst du denn nicht hier oben hey Ähm Hehehe Nochmal So Nein von Da Oh Hä Warum Was machst du denn jetzt? Urgh So ein beschissener Ernst Alter Ja Warum geht das denn jetzt nicht? Ich bin gleich auf Börsen So Und dann hier weiter Nach da So Jetzt möchte ich hier gerne ein Gleis bauen So 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 Wunderbar Also bloß immer bis wohin Bis da Also so So Fabelhaft Vielleicht Könnten wir das ja auch noch ein bisschen größer ziehen Auch nicht möglich Kollision Echt jetzt Oh Immer noch Jetzt Jetzt kriege ich hier meine Küche mit hin oder? Ah So 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 Ja Ja Hast du noch mal Glück gehabt, liebes Spiel Das ist Das ist eine Konstruktion hier Unglaublich Unglaublich ist das Ne Das fällt Sozusagen jetzt auch weg Weil das hier ist jetzt unser Einfahrsignal So Nochmal da und da Oh da fehlt noch das Gleis Oh nein Jetzt kann ich bestimmt nicht elektrifizieren Doch Danke 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 So Eins fehlt noch Das und das Puh So Nach vier Nimmst du das Signal Und nach dem Signal nimmst du das Genau Und damit du mir da nicht rüberspringst Baue ich dir einfach mal hier so einen hässlichen Wegpunkt ein So Du kannst also niemals da nach drüben wandern So Und da nach da Und da nach da Dann setzen wir noch die fählende Signale So Das ist Bauma Baumaterialien Zubringer Und da Ich Baue jetzt mal kurz ein Depo hin Ähm Wie viele haben wir jetzt Zwei Zwei Vier Sechs Acht Neun Machen wir mal noch einen zehnten dran So Du bist auf Baumaterialien Zubringer Tum 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 Güter auf Güter Du hast nicht umgedreht Sehr schön So Du könntest auch hier vorfahren wenn was ist Und du darfst auch bis hier hin vorfahren So Sind wir ja dann doch noch Ziemlich gut hier raus gekommen Jetzt machen wir hier schnell die Mitfahrt Jetzt prall erstmal speichern Puh Machen wir hier eine kleine Mitfahrt Die werden jetzt natürlich noch keinen Gewinn bringen Aber ich glaube das können wir verkraften Na ja kommt voraus Okay Jetzt wird weg So Jetzt bin ich mal gespannt auf die Strecke Weil die müsste ja eigentlich Ziemlich gut aussehen Ja nur Nur rechts die Oberleitung Ja gut wir haben halt hier durch Den Ort haben wir hier 60 Wird uns jetzt aber eigentlich auch nicht stören Wenn die beide genau Gegenüber starten bin ich mir nicht sicher Ja gut das andere ist ja langweilig Hier können wir noch ein paar Das war Ach das ist ein Mod Die Oberleitungen das war ein Mod Echt? Wo? Okay Wusste ich jetzt auch nicht Ich dachte diese Oberleitungen selber setzen Das könnte man so Aber ne ist ein Mod Hier ist ein Baum Ach das ist der Baum von der Straße Okay Genau das meine ich hier Hier ist noch Nein Hier ist noch Hier über Da rüber Hier rüber Und dann im Grunde ein Halt Und zwei vielleicht Da würde ich auch noch alle erreichen dass sich ja das Streckebit sicherlich noch ausbreiten wird. Moment, das hat jetzt Verbindung nicht ganz bis da nach drüben. Dann würde ich einfach hier eine kleine Straße setzen. Ganz frech. Und würde hier eine Haltestelle machen. So, hier drüben müssen wir natürlich noch eine Cargo Station hin platzieren. Das müssen wir hier verbinden mit dem, mit der Haltestelle und mit dieser und natürlich auch mit der. So, die Linie hat natürlich ein paar Bahnübergänge, die auch, na, ich denke mal sehr oft geschlossen sein werden. Daumaterialien. Gödorf. Wo haben wir das Depot denn hin platziert? Hier, okay, das ist ja total behindert. Ich nehme jetzt hier einfach mal die langen, werden natürlich die Straßen sehr verstopfen, aber ich nehme jetzt einfach mal sechs zu Anfang. mit dem Bürsten würde ich dann gerne mal kurz mitfahren, um die Lage an den Bahnübergängen zu checken. Warum stehen die beiden Personenzüge fast zur gleichen Zeit? am Bahnhof. Oh je, ist hier viel los. Da könnten wir auch mal über Busspuren nachdenken, weil auf den Busspuren dürfen natürlich auch die LKWs fahren oder sogar eine Paralleleinfahrt. Das ist natürlich cool. Müssen wir mal schauen, dass wir die, ja, dass wir mal hier diese Stinker aus der Stadt rausbekommen. So, wir könnten auch hier die Straßen im Grunde upgraden. Ich glaube, das mache ich schnell, wenn es denn geht. Hier würde es gehen, hier würde es gehen, da würde es nicht gehen, das wären mir mal egal. Da ist der Bau nicht möglich. Oh, Entschuldigung. Da hinten auch nicht. Wie sieht es hier aus? Hier ist er möglich. Da gibt es eine Kollision. Und hier gibt es auch eine Kollision, wahrscheinlich mit der Brücke. Wer hat es geahnt? Naja. Was ist das denn? Ich habe gedacht, die habe ich ersetzt. Na gut, die Schranke wird unten bleiben, höchstwahrscheinlich. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut.